Was für ein verrückter Einstand! Das erste Rennen der WM steht in den Üchern und Norwegen gewinnt vor Italien und Frankreich. Jetzt steht für die Damen das erste Einzelrennen an. Die Favoritinnen präsentierten sich in Topform, andere hatten trotz bestem Wetter Probleme. Den hieß Hermann Wick aber nicht. Sie könnte im Sprint erneut die Bestzeit auf der Läupe setzen und vorne mitspielen. Diese Frau liegt nach Gold zum Auftakt jetzt gleich auf mit Magdalena Neune. Wird sie schon im Sprint vorbeiziehen oder steht eine andere Frau ganz oben? Wen siehst du auf den Medaillenrängen? Schreib's in die Kommentare.